Hey! 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 Hey, 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 hey. Mal und es sind Weihnachten. Welches Fernsehprogramm? Wie geht das Spiel heute aus? Sie. Wir wollen der Verlängerung. Ich bin die Eislöwen. Wir hoffen, einfach. Wir sind optimistisch. Von sonst sind wir nicht hierher gefahren. Wo kommt ihr her genau? Aus Dresden direkt? Ja, da ist es. Thüringen. Zugeweißer. Weit weg von Dresden. Das liegt zwischen Nauheim und Dresden. Genau der Hälfte. Genau der Hälfte, nicht Suhl. Wie heißt die Stadt? Suhl. Suhl in Thüringen. Suhler Westel. Das sind Suhler Westel. Und wie geht es den anderen aus? Wie geht es aus? 2-8. Für? 3-0 im Mindest. Schalala-la-la-la. Schalalala-la-la. Schalalala-la-la-la-la. Ex-Sie! Ohhhhh! Ich mach mal ein Foto! Ich hab' die nächste! Ich hab' die Getschen! Nein! Ich hab' die Getschen! Ich schleiche lieber die Blatt weg! 1, 4, 3, 3, 1... Hey, hey, hey! 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 Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Wir möchten im Namen des EC Bad Nauheim, der Gesellschafter, des Beirates und vor allen Dingen auch der Fans, die hier sich reichlich versammelt haben, die Dresdner Eislöwen hier in Bad Nauheim begrüßen. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, die Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen weiter auszubauen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Gelegenheit heute. Ich wünsche uns allen viel Spaß bei einem tollen Eishockey-Spiel und vor allen Dingen bei einem friedlichen Eishockey-Fest. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das Musikchor Eichelsdorf wird uns begleiten. Die Polizei wird gleich noch was sagen zum Ablauf und von daher wünsche ich uns allen eine gute Zeit und wie gesagt viel Spaß zusammen. Ändliche Musik Ändliche Musik Scheiß Dinado, Scheiß Dinado, Scheiß Dinado, Scheiß Dinado, Servus! Schalalalalala, es seht die Löwen! Es seht die Löwen! Die Löwen! Die Löwen! Herzlich willkommen, der Torhüter mit der Nummer 13, Dirk! In der Verteidigung mit der 4. Alexander! Die E-Mail war dabei, Schauer! Mit der 3. Sitzende, Dirk! Mit der 4. Sitzende, Markus! Mit der 4. Sitzende, Dirk! Auf Gänse, Gänse und Frieden! Auf Gänse, Gänse und Frieden! Mit der 4. Sitzende, Dirk! 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 Berksang! 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 Untertitelung des ZDF, 2020